So, ja. Hallo liebe FCH-Folge. Ja, also letztes Heimspiel gegen Hamburg, das war der Wahnsinn. Das war nichts für schwache Nerven. Nein, ganz gewiss nicht. Aber so ist halt manchmal Fußball, gell? Ja. Es läuft manchmal ein bisschen anders, als man denkt. Aber die ersten 70 Minuten, die waren ja wirklich sagenhaft gut. Und manchmal geht es halt so aus. Und deswegen müssen wir jetzt gegen Nürnberg am Solster einfach nachlegen und alles wieder gut. Die Saison geht noch so lange, es sind noch so viele Spieltage. Also, was soll's. Ja, es wird klappen. Ich bin zuversichtlich. Genau. Und wir haben natürlich wieder den entsprechenden Song gegen den Club dabei. Und man beachtet heute auch das Outfit von Doris. Sie hat sich wirklich den Schal drapiert. Und wenn das nicht zum Sieg reicht, dann weiß ich auch nicht. Das ist nur so. Jetzt gucken wir halt einmal. We do our very best. So, drei, vier. Nürnberger, 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 ja, was ist denn das? Sind das etwa Fußballer ohne Würstchen oder was? Nürnberger, Nürnberger, ja, was ist denn das? Fußballer, Nürnberger, du so lustig, er will ich denn, was heißt? Wir machen die heute nass. Und Aräh, das schluss, der Witz, der Ruh, ist am Heidehlein. Wir sind hier ne Macht, das muss halt so sein. Jetzt nun den Franken kommen, liegt es auf der Hand Wir schicken die ganz ohne Punkt zurück ins Frankenland Ja, Nürnberger, Nürnberger, ja, was ist denn das? Sind das etwa Fußballer oder Würstchen oder was? Nürnberger, Nürnberger, ja, was ist denn das? Sind das etwa Fußballer oder Würstchen oder was? Fußballer, Würstchen, scheißegal, die machen wir heute nass So ungefähr, ja, scheißegal, ich rede nicht, aber einfach ein Sieg Drei Punkte und alles ist wieder gut Ja, bis dann, bis dann, ciao